gerade nicht mehr weil runterfliegen so kann ich da kein Bett auswählen das ist noch cooldown geht aber nichts dran oh man das hat jetzt noch cooldown wo war das eigentlich West 2 glaube ich oder West 1 West 1 ist auch kurz mal dran gestanden und mir West 1 da kommt gleich ein Grüne runter den hole ich mir nicht jetzt ungefähr da ist der Grüne dann bin ich jetzt im Süden wieder gelandet oder wie ich glaube schon naja wenn das Ding was Gutes drin hat wie zum Beispiel ein besseres Sattel als der Fiomia dann versuche ich auf jeden ach das ist noch gar nicht unten das kommt erst noch runter naja fahr mich halt ein bisschen hier weg Beeren damit ich nicht verhungere falls was Gutes im Ding drin ist nicht wieder heimlauf brauche ich oder ich setze hier eine Hütte hin und dann kann man da irgendwann spawnen oder hinlaufen oder zurücklaufen wenn man Lust hat und ich auch aus einer Kills äh zerstöre ich die Hütte machen die gern ich baue da keine Hütte keine Lust mhm Bastenpro hier auf jeden Fall auch und dann noch bisschen Flints ok da kommt's und was gibt es Schönes oh Narkotika und 79 Leder ach du große Scheiße hohohoho alter Leder ist gut 79 da kann ich ja da kann ich ja fast also für mit 40 macht man 1 Bit vielleicht fast für 2 Bitten da ist so eine Kampfsau also 10 ach scheiße Steine oh je so mit dem Zeug muss ich auf jeden Fall wieder heimlaufen mindestens wegen allein wegen dem Leder obwohl ich wusste es ich wusste es ich wusste es ich wusste es nein 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 verdammt ja ich bin im Süden gelandet wusste ich es doch verdammt wenn ich jetzt wieder Westzone 1 mache ach ich finde die Leiche doch eh nicht also scheiße wieso bin ich überhaupt da durch wieso bin ich nicht am am Wasser entlang ah fuck aber da wäre eh wieder der scheiß Fluss gekommen wo ich so oft abgekratzt bin also da wäre ich sowieso nicht durchgekommen also scheiß drauf wo geht es denn hier wenn ich jetzt raus ist da ok ok 14 Leder habe ich noch. Ich könnte mal so einen Paintbrush machen. Gut, jetzt habe ich nichts dafür. Oh, ich habe da noch einen Zaun. Da hätte ich ja gar keinen Zaun kräften müssen vorhin. Schreiber. Gut. Okay. Sending-Torch könnten wir auch irgendwo hinpflanzen. Und ja. Box. Davor werde ich auch die Hütte hier noch ein bisschen vergrößern. Okay. Mal gucken, ob der Fuzzi da schon geschrieben hat. Nö. Monster hat noch nicht geschrieben. Und online ist er auch nicht. Also... Seine 10-20 Minuten dauern ein bisschen länger. Passt schon. Ach, ich dachte, das wäre ein Stein. Dann muss ich wieder zum Strand runter. Auf der Raptor ist noch auf der anderen Seite von der Klippe. Und kein Holz. Mann. Mann, 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 Mann. Komm, 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 hier. Drei Scheu. Drei sogar. Nur Flugvogel. Ich dachte schon, das wäre doch Raptor. Ja, dumme Hund. Da vorne frisst der ein Hai irgendwas. Kommt mit irgendwas. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Nein, kann ich nicht. Jetzt kurz gucken, was da vorne so Besonderes gibt. Was der so killen wollte. Schon wieder nur eine Schildkröte. Das sieht man von hier aus nicht. Da ist schon ein Hai, da ist schon ein Hai, da ist schon ein Hai. Da ist schon ein Hai, da ist schon ein Hai. Da ist nicht irgendwas Helles. Da ist schon ein Hai. Verdammt, verdammte Piranha. Scheiße, wieso packe ich gerade immer durch den Boden durch? Oh nein, wieder Cooldown. Ah, und ich sehe wieder nicht, wie lange Cooldown gibt. Wieso sieht man das nimmer? Könnte ich jetzt warten, oder wieder irgendwo? Wenn das Eins war das Zwei, dann müsste das Drei sein. So. Das war's Zwei. Wieso schwimme ich da auch raus? Wieso bin ich jetzt im Süden? Hm. Grünes. Ich hoffe da in dem Wald gibt's keine Raptoren. Oder ich hoffe, dass es Raptoren gibt, falls Scheiße drin ist in dem... Kann ich die... Ich kann sie doch formen. Ich kann nur ein bisschen später. Es wäre wohl wieder ein Lack gegeben. Ach, dann komm ich gar nicht hoch. Super. Blau. Kann ich noch die holen? Da gibt's drei Schweinchen. Hm. Na ja. Drei, Level 57 und Level 3. Hm. Würde denn ja zähmen, aber... Das schaffe ich eh nicht. Hm, 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 hm. Schildi. Level 29. Noch ein Schweinchen. Schweini, Schweini. Weiß ein Dildo. Schildi. Schweinchen Level 9. Treig. Level 21. Ach, scheiße. Wieso guck ich immer nach dem Level... 3. 3. 30. Ach, ich lass mich killen und hoff, dass, äh, da in der Nähe irgendwas gibt. Oh, der war 69. So, und... Greif mich an und kill mich. Ghibi. Hm, 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 hm. So, kann ich wieder? Oh ja, ich kann... Zwei Hunden. Oh, ich werde grad in der Gegend rumgehauen. So wie das aussieht. oi, bin grad weit geflogen so, auf ein neues zum hundertsten mal auf ein neues hoffen wir wieder feilbeformen oh je, scheiße weg so, du, ist immer noch da das heißt, da gibt's keinen Raptor und auch kein Hildo oder irgendwas größeres zumindest hier nicht da unten weiß man nie oh, hätt auch bisschen mehr Fetch sein dürfen fireball 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 non occupier Und dann brauche ich jetzt nur noch einen Stein und dann hätte ich wieder eine Spitzhacke. Da steht ein Dildo. Was brauche ich denn dafür noch? Blind und Fetch natürlich. Fetch brauche ich eh noch einiges. Ich dachte schon, da kommt wieder ein Raptor angerast. Irgendwas getrampelt hat. Ein Raptor wäre aber ein schnellerer Läufer. Das ist doch cool. Da kann man schnell zu den ganzen Erdtrops hinrennen. Solange man keinen Vogel hat. Oh, ich glaube, ich sollte mit der Absteuerung machen. Fetch sollte reichen. Hm. Okay. Das kotzt mich aber an. Ich hatte vorhin 13 oder so Wände. Und dann hat der scheiß Dildo mich gekillt. Jetzt muss ich das alles wieder formen. Jetzt einfach nur Bounce sollen erstmal. Das war um die 500 Holz, was ich da verballert habe. Mann, 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 Mann. Ja, ich weiß, du bist müde. Gib mir aber Marsch vorbei irgendwie grad. Naja, lass mal sich kurz ausruhen. Geht wieder. Geht wieder. Hm, hm, hm. Ah. Geht wieder. Okay. Und der nächste Bau. Da ist der Dildo. Ich hab' nicht gesehen. Wie sieht's mit Monster aus? Abwesend. Wie sieht's aus? Fragezeichen. Wie sieht's aus? Fragezeichen. So. Ich muss nicht den 3G erwischen, sonst hab' ich hier ein Problem. Ach, wir können doch einfach so machen. Stück. Sonne geht auf, wie schön. So. So, dann holen wir das Ding da noch. Ich glaub' ich kann ja kill den kleinen Scheißer hier kurz. Ja, 33. Hm, egal. Okay, wo liegt der, wo liegt der, wo liegt der. Da. Hm. Baut. Egal. Baut man auch. Baut ist mir eigentlich sogar wichtiger als Fleisch zur Zeit. So. Müsste das ja demnächst auch wieder reichen für ein paar. Wenn's mehr, äh, Wood gibt als Fetch. Keine Bäume mehr. Hab' irgendwie das Gefühl, dass die Palmen schneller nachwachsen als die normalen Bäume. Die im Wald stehen. Bäume. Ach, wieder überladen. Na ja, klar. Dann reicht da eigentlich mein Fiber. Auf jeden Fall muss ich gleich was essen. Äh. Wüsste ich doch. So, hab' ich was hier? Hab' ich. Wie, 25. Warburys und Azulbeori. Die Mio lass' ich mal. Und dann kräften wir wieder. Wenn nee. Da stück. Hä. Was hab' ich denn da so schweres? Feiber hab' ich? Oh, Feiber ist zu wenig. Ich könnte nicht noch mehr. Acht'n. Dann muss ich wohl wieder auf Fiber-Farmen. Hey, Lodo. Wovor rennst du denn weg? Das hat angegriffen. Ah, Raptor! Hehehehe. Solang der Raptor nicht den... ...Trike killt, ist es mir egal. Ja, ich hoffe, dass der Track den killt, dann kann ich den wieder looten. Vielleicht hat er ja... ...meine Leiche so durch den Boden durchbackend... ...gefressen und noch ein paar Wände bei sich. Das wär schön. Scheinbar lebt er noch, oder? Ah, scheiße. Träges Tod. Hehehehe. Weg. Oh je. Oh je. Naja, so ist es halt. Gefressen oder gefressen werden. Jetzt ist er da. Hat wohl den... Oh scheiße, wenn der den Vogel gesehen hat und der Vogel zu mir fliegt. Der hat ihn nicht gesehen, oder? In einem Stein ist er. Oh oh. Ah, renn zu ihm. Lass ihn. Oh scheiße. 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 Ah, verdammt. Was gibt's da für ein Vieh? Ah, keins. Verdammt. Äh, 45er Raptor. Verdammter Hugenbock. Wenigstens bin ich diesmal nicht durch... Dings durchgepackt. Irgendwas rum. Muss ich auch nicht nachab drohen. Para. Hoffe ich. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hm. Ich hab da vielleicht den Dreikern gegriffen und ist da abgekratzt. Dann wär's. Ich hab da ne Leiche gefunden, sondern im Scheiß... ...Marsch. Nö, sieht nicht so aus. Steho vielleicht irgendwo? Nö. Nicht. Hm. Keine Ahnung, ob der jetzt tot ist oder nicht. Werde ich dann zählen, wenn ich wieder abkratze. Hm. Keine Ahnung, ob der jetzt tot ist oder nicht. Jetzt ist eigentlich Abend oder? Nö, ist morgen Glück gehabt. Kein Raptor in der Gegend. Okay. Kein Bock, dass der mal gleich wieder frisst. Nein. Das Bild, dachte, das haben die rausgepatcht. Der Patch kommt erst noch. Keine Ahnung. Die wollten irgendwas rauspatchen, dass es immer wieder so schwarze Bilder gibt. Und mal. Am Anfang war es richtig schlimm. Immer in der Nacht hab ich komplett schwarzes Bild gehabt. Da, wo der Himmel war. Wenn ich drunter hinguckt hab, dann hat man da was gesehen, aber der Himmel, der war komplett schwarz. Und da, wo das ganze Zeug, was in der Höhe vom Himmel war, hat man überhaupt nichts gesehen. Außer Lichter. Zum Glück hab ich das Problem nicht mehr. Gerade rubbelt es ein bisschen viel, hab ich das Gefühl. Hm. Early Access halt. So ist es nun mal. Hm. Ich glaub ich nur ein Düdo. Hoffe ich. Eieieieiei. Das hat ja nicht der Monster geschrieben. Gar nichts. Der hat halt scheinbar keine Lust. Mir auch egal. Ich kann auch allein spielen. Wieder vier. Dann hab ich jetzt zehn. Die baue ich jetzt aber erstmal. Bevor da wieder irgendwas kommt und, äh, dass ich dann die gleiche nicht mehr finde. Und. Wobei ich glaub ich mach das nicht komplett drumrum jetzt. So nen Zaun. Sondern ich mach da noch so ne Tür rein. Hier. In Ordnung. Ein Tor reicht ja. Äh, wenn das überhaupt reicht. Hehehe. Ich glaub das reicht niemals. Ein paar Fälle noch. Ein paar Fälle noch. 13 hätten vielleicht gereicht. Ah. Wohl eher nicht. Dann wär vielleicht auch noch eins frei gewesen. Aber. Besser als so. Naja. Nochmal was drücken. Und dann. Oh. Was weiß ich. In der Nähe. Da geh ich doch gern hinten. Solange da kein Rapport rumrennt. Hehehe. Wo war's denn irgendwo hier vorne jetzt gleich. Da oben. Ja. Das war klar. Das war klar. Ja. Oh. 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 Oh.